Leute, ich wollte euch nochmal sagen, dass ich in der letzten Zeit, also von Freitag bis heute, krank war. Und ich bin jetzt auch noch ein bisschen kränklich, merkt man an meiner Stimme. Mir geht es auf jeden Fall schon mal so besser, dass ich Videos machen kann, ohne dass sich dann klicken, wie der letzte Dummkopf. Naja, auf jeden Fall bin ich auch nicht irgendwie positiv hier auf Corona. Ich habe mich nämlich viermal getestet und alle Tests, oh Gott, alle, warte mal, alle Tests sagen, sagen das hier. Ja, toll, das Spiel jetzt, also die sagen das hier. Das ist, ähm, ja, negativ und, ja, das ist sogar der neueste, also, ja, ähm, wollte ich euch halt nur sagen, und übrigens, ich filme das alles auf dem Handy, weil ich gerade, ich wollte jetzt nicht nur OBS anschmeißen und jetzt das alles machen, ähm, ja. Ähm, auf jeden Fall wird, ähm, heute noch das Video von, ähm, Destiny 2 Shallow Keep kommen. Und, ja, mal gucken, was ich noch alles hochlade. Auf jeden Fall Dienstag wieder, ähm, ja, Season of Planta, Destiny 2 Season of Planta und, ja. Und sonst, ähm, eigentlich nichts Großartiges mehr. Also, ich werde mal gucken, ob ich vielleicht neue Projekte anschmeiße. Oder ob ich vielleicht so, so jedes Mal, ähm, in Destiny 2 oder in anderen Spielen PvP mache. Wird, wird mir, äh, Zeit? Oder so Challenge, mal gucken, mal gucken. Und, ähm, auf jeden Fall sage ich, ich bin wieder zurück, weil, hm, krank sein und dann, äh, Videos machen, das ist nie gut. Vielleicht produziere ich auch vor und mache erstmal meine Schule. Ähm, ich weiß noch nicht, wie ich das alles mache, aber das wird ihr dann alles sehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder heute. Haut rein. Tschüss.